Ja, der Mann schlägt so wuchtig zu wie wohl selten in seinem Leben und merkt, wie sein gesamter Schlag in Raphim's dickem Fell stecken bleibt. Der gesamte Schaden? Ja, ich habe eine 16er Rüstung auf dem Arm. Ah ne, stimmt nicht, ich kriege einen Schaden. Ja genau, 17. Aber ich bin der Komische, wenn ich 12 Punkte Rüstung habe. Ähm, okay, dann sind die Karmutgardisten noch nicht durch. Raphim, mach du doch mal deinen Angriff. Dann machen wir dich erstmal fertig. Genau, ich möchte gerne die beiden angreifen, die gerade ihren Wuchtschlag verkackt haben. Auch nicht doof. Der Erste kriegt wieder den 4er Wuchtschlag ins Gesicht. Und der Zweite kriegt den normalen, den umgewanderten Angriff dann ins Gesicht. Ja, sie parieren nicht, weil sie gesehen haben, wie du zweimal zugehebt hast mit deiner mal komischen, orange glänzenden Waffe und nichts passiert ist. Deswegen wandeln sie um und greifen zweimal an. Ja, total. Machst du Schaden, muss ich mir das notieren oder notierst du dir das? Ich notiere das. Okay, also eins und eins. Ähm, genau. Gut. Die haben aber eine 10er-Schwernis beim, also jetzt eine 14er, wenn die umwandeln. Aber ich meine, macht Sinn, das abzubauen. Einmal 10 und einmal, genau, richtig. Ja, dann greife ich einfach zweimal an. Ja, vielleicht treten sie ja. 6. 14er-Schwernis, dann ist das nicht geschafft. Aber sie haben ihre Erschwernis abgebaut. Genau. Und dann ist der andere noch dran, der eben getroffen hat. Der greift dich auch nochmal an. Und zwar wieder mit einem Wuchtschlag, aber nur 6. Das macht ja gar keinen Sinn, was ich hier tue, ne? Wuchtschlag 10 ist schon wichtig. Das waren nur 4. Das sind also 11 Schaden, ist egal, ne? Achso, ja. Das ist egal. Okay, dann sind sie jetzt immer Wuchtschlag. Jetzt machen wir 12 draus. Aber ich mache jetzt erstmal zu, Dermin. Zwei Stück. Der eine ist noch im Ausfall. Der darf nur parieren, oder? Ja. Gut. Dann haue ich dir trotzdem mal den zweiten, der von der Seite zuschlägt. Denn der gebe ich mir eine Erleichterung von 3. Weil ich in deine Seite haue. Und die sind im Überzahl. Der fängt also an. Ich mache da auch mal einen Wuchtschlag 4 draus. Getroffen. Gegen Zulamin. Okay, dann lass mich kurz überlegen. Ist vielleicht dumm, aber ich möchte den Gegen halten. Egal, das ist nie dumm. Außer wenn es richtig daraus. Brichst du deinen Ausfall ab, ja? Ja, weil in dem Moment, wo ich irgendwas gegen ihn mache, kann ich den anderen nicht im Ausfall halten, oder? Nee. Gut. Ich meine, ja, aber das ist auch keine der schlechten Ausfall-Abbeendungskriterien, wenn ich mich nicht täusche. Genau, also ich breche ihn bewusst ab. Du brechst ihn von deiner Seite. Das heißt, ich habe da doch keine Nachteile. Nein, genau. Gut, die Indie-Differenz zu ihm beträgt 16. Oh Gott. Warum versuchst du sie überhaupt? Gegenhalten ist um 4 erschwert, aber naja, dann um 12 erleichtert. Beziehungsweise um 10, wegen meiner Angriffserschwernis. Was hatte ich eben für einen Wuchtelgang gesagt? 6 oder 4? 4. Kann dir sowieso klappen, wenn du es nicht schaffst. Ist gelungen, ne? Ja. Ja, dann kriegst du den halben Schaden. Den viertelten Waffenmeister. Okay, gut, das ist dein Waffenmeister. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht gehört, oder? Nein, wir werden jetzt quasi Teile davon. Dann erzähl mal bitte. Der Teil des Waffenmeisters, der sich aufs Gegenhalten bezieht, besagt, dass ich nur ein Viertel des Schadens kriege. Beim Gegenhalten statt der Hälfte des Schadens außerdem besagt er, dass der Gegner einen W6-Bonus-Schaden für 10 Punkte Inidifferenz zwischen uns beiden kriegt. Wir müssen das, glaube ich, erstmal ein bisschen auseinandersortieren. Also, ich kriege den viertelten Schaden von ihm. Ja, ich gucke gerade 9. 9 plus 4 ist 13. 13 Viertel sind 3. TP. Äh, nee, nee, die plus 4 kommen nicht rein. Durch den gelungenen Gegenhalten wird das Manöver gecancelt. Das stimmt. Wow. Gut, dann sind das 9. 9 Viertel sind 2. Dann Rüstungsschutz, okay. Ist egal. Okay. Krank. Gut. Meine Attacke hingegen geht natürlich voll durch. Und, äh, ich werfe noch einen W6 hinterher für den Bonus-Schaden. Und das ist die 6. Und da kommt dann noch die Inidifferenz drauf, richtig? Auf den Schaden? Nein. Auf den Schaden nicht, nee. Nee, da nicht. Auf nur den Vergleich. Gut. Dann sind wir durch. Äh, wie viel Schaden hast du jetzt an ihm gemacht? 6, 16, 16, 16 minus 5 sind 11. Auf den nächsten, der war noch nicht dran. Gut. Ähm, du hast eine höhere Initiative und der Chakar wird jetzt dich angreifen, weil er dich vor einen gefährlichen Gegner hält. Okay. Was wird aus dem Karmutgardisten, der noch, der jetzt nicht mehr im Ausfall ist? Der greift dich auch noch an, aber der Chakar zieht vor auf. Hat der Karmutgardist Kampfgespür? Äh, ja, hat er. Uff, okay. Die Jungs waren in der Abendschule, seit wir das letzte Mal getroffen haben. Gut, ich glaube, in dem Fall möchte ich lieber noch auf den Chakar reagieren, als auf den Karmutgardisten. Ich mache wieder einen Sprungangriff in deinen Rücken. Darf ich dann überhaupt was tun? Du darfst dich mit... Weil höhere Initiative schon. Ja, genau. Du darfst dich mit einer Aktion Position auf alle Fälle rumdrehen. Dann hast du ein mögliches Ausweichen. Und frei ausweichen kannst du ja sowieso immer. Aber das Umdrehen um 180 Grad kostet dich immer eine Aktion Position. Du kannst doch einfach die 8er Erschwernis wieder lange von hinten nehmen. 5er? 5er, oder? 5. Das geht ja... Ja, ist ja positiv machbar. Also, ich kann mit einer 5er Erschwernis ausweichen, ohne mich zuvor umzudrehen. Ist das korrekt? Ja, warum nicht? Weil ansonsten, warum existiert die Erschwernis wieder lange von den Rücken, wenn du es eh nicht machen darfst? Das ist eine Erleichterung für den Angreifer. Die Parade ist auch erschwert. Okay. Ja, dann würde ich das zulassen. Gut, dann werde ich das tun. Ja, okay. Ausweichen ist für dich ja sowieso gerade gemirakelt. Dann kommt jetzt erstmal der Hinterhalt bis... Ich weiß nicht, ob man da... Ja, doch, da darfst du bestimmt. Anspringen ist erschwert um 4 und erleichtert um die Eigenschaft Hinterhalt, weil es das Tier eine solche besitzt. 10, ja. Da hast du es. Das ist nicht gekrittelt. Also es ist die halbe Parade, es ist nicht der doppelte Schaden. So, dann halbieren wir erst und dann plus 4. Du könntest natürlich... Ich halte es für eine gute Idee, dass er das shippt. Hm, schade. Die 1. Warum nicht die 1? Warum nicht die 1? Aber es ist nicht die halbe Parade, es ist halt nur... Es ist halt nur gelungen. Okay. Das heißt, ich weiche mit einer 5er Erschwernis aus. Beziehungsweise... Warte. Nein, nein, ich muss es ausrechnen. Ich habe eine 1er Erschwernis noch aus der Entrückung, aber ich habe eine 2er Erleichterung, weil meine Innie so hoch ist. Das heißt, es bleibt eine 1er Erleichterung, also eine plus 4 auf das Ausweichen. Sorry, es ist ein bisschen kompliziert für mich auch. Boah, das ist immer noch gelungen? Das ist immer noch gelungen. Boah, ich dachte, ihr 90. Um mal Frosty zu zitieren. Widerlich. Widerlich. Okay, dann hast du zumindest den 1er Angriff, bist du ausgewichen, er hat immer noch Pranken und du bist halt immer noch gefährlich. 2 mal Prank 1, 2. Lass mich nachdenken. Das ist immer noch ein Minus 5. Wenn ich 2 Waffenaktionen mache, dann gelten meine 3 Aktionen, oder? Die gelten auch, wenn du nur eine machst. Du hast, du hast, du hast, du hast, du bist wichtig. Das ist wichtig, ist die HK2-Aktion, muss eine Waffenaktion sein. Stimmt, da habe ich mich noch nicht dran erinnert, nicht so ganz ausweichen, 10, das Waffenaktion. Ja. Was sagst du mir jetzt? Okay, schon immer. Okay. Erschneid, das darf ein Maximal plus 4 sein. So wie immer. Also was du sagst, ich habe noch eine Aktion übrig, trifft er mit beiden? Ja, 17 und nach der 17 und 10 und ist noch immer um 5 erleichtert für mich. Aber du könntest zweimal frei ausweichen und dich dann mit der Aktion positionieren. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Ähm, freies Ausweichen ist einfacher. Ähm, funktioniert genauso, nur wird die Distanzklassenerschwendung salviert. Auf welche Distanzklasse ist der Junge angesprungen? Ja, wahrscheinlich auf N. Okay. Ich muss gerade mal schauen, ob das so gut ansteht. N ist das Minimum, du kannst N, S oder P machen. Ja, der Biss kommt auf kurz und die Prank auf mittel, also N, ja. Okay, N, dann ist das eine Zweier-Erschwernis im ungezielten Ausweichen. Und wir hatten vorher die Vierer ausgerechnet, also ist das eine Sechser-Erschwernis. Zweimal frei ausweichen. Das ist jetzt gar nicht so gut und du hast deinen Schicksalspunkt ausgegeben. Das ist die Doppel-20. Das ist die Doppel-20. Kann ich das Zweite trotzdem noch würfeln? Kann ich mein Schiff für sie ausgeben? Ähm, nein, du kannst deinen Schicksalspunkt nicht für sie ausgeben. Nein, sie müsste diese separat bestätigen. So, ähm, was ist denn bei der Zwölf auf der Patzertabelle? Ich mein, das ist noch kein Patzer, oder? Äh, natürlich ist das ein Patzer. Achso, sorry, ich dachte, es wären beide Ausweichen. Es hat sich irgendwie selbst bestätigt. Also, ja. Wir spielen damit seit fünf Jahren oder so. Sorry, Zwölf? Ah, schwerer Eigentreffer. Bei der Parade macht das, also es ist ja ein Ausweichen. Äh, E-4, der Betroffene alleine. Sie hat jetzt schweren Schaden durch eigene Waffe, TP auswürfeln und verdoppeln. Keine zusätzlichen TP aus hoher Kakao oder Ansagen. Dann nehmen wir das. 26. Können wir das ernsthaft nicht shippen? Mit einem verbrannten Schicksalspunkt von zu langen? Ja, aber dann passieren vielleicht auch noch andere Dinge. Nein, aber dafür lohnt sich's nicht. Dafür lohnt sich das nicht, nein. Dann sind das 26. Jo, dann bin ich höchstwahrscheinlich raus. Aber das Gute ist ja, er bringt dich nicht um. Wobei, ähm... Die kam auch gerade, aber... Das, ja, das Problem ist auch, sein Biss ist ja auch gelungen. Und das war jetzt nur das Ausweichen von dir. Nee, seine Pranke war das. Ich mein, technisch gesehen wird erst die Pranke abgehandelt und dann kann er sich entscheiden, aber noch weiß. Genau. Also, nee, der Biss war ja sowieso... Der Biss ist ja ausgewichen, aber die erste Pranke kommt durch. Also nochmal 14. Äh, damit bin ich soweit im... Also ich hatte noch 5 Lebenspunkte, davon gehen dann die, äh... Ja, dann noch die 14. Nein, Moment. Der schwere Eigentreffer ignoriert der Rüstung? Äh, ich würd dir die Rüstung geben, also... Natürlich nicht. Okay, dann wird das ein bisschen kompliziert, das heißt jetzt erstmal die Trefferzone für den schweren Eigentreffer. Oh Gott. Oh, wirklich? Ja, okay, ich verbrenne dein Chip, sonst... Kann ich vielleicht einfach mein Chip verbrennen, sonst der Szene sein? Ähm, du versuchst abzutauchen, so wie es eben gelungen ist, äh, wieder und wieder, aber er ist immer noch unsichtbar, auch wenn es sich langsam wieder auflöst und das rostrote Fell wieder vor dir auftaucht mit diesen ekelhaft weißsilbernen Tupfern. Du weißt immer noch nicht, was das für ein Dämon ist, ekelhaft, wie er ist, sieben gehörnt, Furcht, du siehst, wie Abel dir unter dir liegt, blutet, versucht noch nach seinem Gürtel zu greifen, den Heiltrank zu ziehen. Du hast den Versuch, den zu beschützen, du hast den Ausfall gegen die Karmot-Gedisten gefragt, du hast einen runtergedrängt und dann kommt der Schlag in deinen Rücken. Du versuchst noch ein weiteres Mal abzutauchen, stürzt dann allerdings durch den Prankenhieb, tödlich in den Rücken getroffen, nach unten auf die Tempelpyramide, rutscht auf dem nassen, dreckigen Boden noch ein weiteres Mal aus und siehst dann, als alles um dich herum schwarz und rot wird, wie dein Körper kalt wird, wie du eine deiner Säbel in deinem Bauch gebohrt hast. Aber es tut gar nicht weh, es tut gar nicht mehr so weh. Und dann siehst du, wie die unheimliche Katze wieder fertig ist und unsichtbar verschwindet. Die Spiele haben gerade erst begonnen. Wie Sibili, Chakar verschwindet wieder. Aber Mia, kannst du eine weitere Fingerfertigkeitsprobe würfeln? Eine Mundprobe, meinst du? Nee, jetzt geb ich den Fingerfertigkeitsprobe. Das wird dich besser. Wieder Wart geschafft. Zitternd, kalt, dein Ende. Oh, du greifst mit dein Gürtel. Der letzte Heiltrank. Ist jetzt die Frage, ich hätte noch aus meinem persönlichen Vorrat einen Heiltrank D. Ja, dann nimm ihn. Das wären 3W6 plus 6. 3W6 plus 6. Du kannst natürlich einen Chip ausgeben, um F draus zu machen oder so. Du siehst, wie Zulamin mit deinem letzten... ...den Boden stürzt. Rosenblätter, die sich irgendwie noch auflösen. Du weißt nicht, ob es ihr Schleier ist oder irgendetwas von der Rüstung oder Blut. Aber da sind so viele Rosenblätter. Du kannst sie sogar riechen. Aber deine Hände sind so kalt und zittern. Es proppt einmal. Mit dem letzten Mut der Verzweiflung. Sie hat eben dein Leben bewahrt. Nun heißt es, ihres zu bewahren. Du stürzt den Heiltrank runter. Und stehst wieder auf. Das war meine Aktion. Wahrscheinlich irgendein Kampfhundabend, vermute ich mal, ne? Ja, auf alle Fälle. Ja, Lan, 21. Es ist der Abend der... Nee, Entschuldigung, Raphim hat schon gemacht, genau, 21. Es ist der Abend der zweiten Kampfrunde. Es verbleiben sechs Aktionen. Chakar hat schon gehandelt, ist wieder unsichtbar geworden. Diamant ist. Ja, eine Aktion brauche ich, um meine Balestrina fertigzuladen. Und dann mache ich nochmal drei Aktionen, um meine zweite Balestrina zu laden. Oh Gott. Dann ist Zulamin raus. Nächste Kampfrunde, 17 Raphim. Ja, wie sie da... Was wollen die Kamaukartisten da tun? Kann ich das ausfitten, meiner gleichen Denise? Ja, kannst du. Der, sie hier, möchte jetzt Zulamin umbringen. Ah, fick mein Leben. Ja, dann habe ich ja keine Wahl. Beziehungsweise nein. Zulamin hat den Schicksalspunkt verbrannt. Also, er tritt sie. Und sie rutscht den Abhang runter und liegt dann hier unten. Sie ist tot. Ja, okay. Was will der Rest von denen machen? Ähm, eins, zwei, drei. Abelmir liegt auch irgendwo hinter dir. Du hast gesehen, dass er zusammengebrochen ist. Höchstwahrscheinlich auch tot. Der Kamaukartist tritt hier ran und plötzlich siehst du die Säbel von Abelmir flackern. Und Abelmir bekommt zwei. Du bekommst weiter drei. Okay. Sie, steht Abelmir denn schon, wo die auf ihn zutreten? Oder liegt sie da noch am Boden? Ähm, das... Abelmir hat eine höhere Initiative, weißt du nicht. Okay, dann weiß ich das nicht. Dann möchte ich gerne dazwischen treten und die alle tanken, weil ich glaube, dass er sonst drauf geht. Gut, dann machst du einen freien Schritt einfach mal darüber. Ja, ich möchte mich genau auf A4 haben. Alles klar, dann bekommst du fünf, ähm, fünf Nachtwindhiebe, alle Wuchtstack zehn. Alle. Ja, da ist provoziert Bruchfaktor-Bohm. Auf die achtzehn. Eins, zwanzig, drei und sechs. Dann sind das drei getroffen und den einen mit eins bestätige ich mal. Den mit der zwanzig, der verliert seine Waffe. Okay. Das bestätige ich nicht, der verliert seine Waffe, das ist okay. Gut, dann sind das eins, zwei, drei Hiebe. Ah, gib mir Schaden. Vorher macht er erst den doppelten Schaden. Ja, ohne automatische Wunde. Wuchtschlag zehn. So, warte mal. Wuchtschlag zehn sind siebzehn und verdoppelt mal zwei sind? Vierunddreißig. Vierunddreißig. In den Schildarm. Vierunddreißig. In den Schildarm sind bei mir noch 18 Schaden. Zwei Wunden. Eine Wunde. Eine Wunde. Warum? Was ist deine Wunschwelle? Eine, also eine Wunde wegen Crit und dann noch eine Wunde wegen, warte mal. Genau, eine Wunde wegen Crit, dann wegen deiner Wunschwelle. Äh, weil ich habe K.O. Warte mal. Du musst nachgucken. Konsti ist siebzehn. Plus zwei mit Eisern. Dann müssen wir 19 und mit dem Wund, mit dem Elixier, dann reicht das nicht. Dann sind das zwei Wunden. Okay, dann fresse ich drei Wunden in den Arm. Dann lassen wir mich schauen. Ne, das ist eine Wunde und eine zusätzliche. Ah, okay. Dann fresse ich zwei. Dann Selbstbeherrschung, Wunden ignorieren. Das ist die Wunde. Dann kommt der nächste Nachtwind. Moment, Wuchtschlag 10. Das sind 18. Warte mal, ich muss eben gucken, ob ich die Wunde überhaupt komplett ignoriere. Ja, ich komplett, okay. Ja, auch da gebe ich dir eine Trefferzone. Eine Sekunde. Linkes Bein, wo kommt er durch? Da kommen drei durch. Gott. Und? Der nächste Wuchtschlag 10. Aua, 21. Moment, warte. Ne, Kopf. Und ich verbrenne meinen Schicksalsbuch. Kannst du dir noch ausgeben? Ne, du hast ja für irgendwas anderes das noch ausgegeben. Für Diamantes. Das wäre dann wie viel? 21? Mal zwei sind 42. Minus 14 sind 28. Also ich wäre 18 drunter. Du merkst, wie die Hiebe einprasseln mit aller Wucht, mit aller Gewalt. Du hast versucht, die Wut von Kor in den letzten Schlag für den Chakar einzupacken. Aber du hast dich überschätzt, überheblich, wie du bist mittlerweile. Aber Kor sagt einfach nur, wenn derjenige dich besiegt, dich bezwingt, dann ist er stärker als du. Und es ist gut, dass er dich besiegt. Und so prasseln die Hiebe auf dich ein. Dann trümmern auf deinen Kopf herniede, auf deine Brust, auf deine Beine, auf deinen Arm. Und dann stürzt auch du, taumelnd, rollend, die Treppen nach unten. Du kannst uns noch einmal knacken von dem, aber du spürst gar nicht, wie deine Arme irgendwie in einem merkwürdigen Winkel abstehen. Und dann steht Abelmir alleine dort oben. 17, Raphim ist fertig. Die Kamort gerade ist auch fertig. Du hast getankt. 21 Jahre lang. Dies sind die fünfte und die sechste Aktion. Dann tut noch zwei weitere Schritte an Diamantis vorbei. 21, Abelmir. Ich würde ein verkürzten Indik, Faxius, äh, mehrere Ziele auf. Wofür? Zwei Ziele? Den, die beiden rechten, aber deswegen, waren das vier, vier sind übriger, fünf, fünf. Oh, naja. Ja, äh, für kurze Zauberdauer, äh, mehrere Ziele. Lass mich mal gucken, ich hab grad verblättert hier. So, äh, mehrere Ziele, wer ein plusfünfer schweren ist, äh, ja, ich muss mal. Für kurze Zauberdauer auch noch, auf zwei Aktien runter. Und das wäre nochmal plus drei, äh, plus und plus drei sind, äh, plus acht. Ja, okay, dann bekommen die wie viel Schaden. Ich kann maximal ZFW-Würfel einsetzen, um die beiden zu grellen. Eigentlich muss ich sowas vorher ansagen, aber ja, aber wenn es jetzt, wenn man das Maximum hat, wenn der 14 hat, dann kannst du wie viel Würfel sonst haben? Äh, äh, ich kann ja mein Maxim, äh, kann maximal ZFW ansetzen, also das 14, 14 Würfel ansetzen, ich wäre auch die Mut von, ja, wie wird auch noch Spaß? Da sein ZFW über 11 liegt, nimmt er dann einfach das Maximum zwischen seinen ASP und dem Würfelten wird. Äh, äh, ich würfel kann auch mal 14 mal wie 6 Würfeln der Spaß haben müssen. Ja, genau, was ist aber machen wir das mal, dafür haben wir sie noch. Du hast engen Strahlen gesagt, oder? Wie viel kann man, äh, die Zahlen stellen, wir würfeln? Äh, hinten nehmen, mit linksklick halten oder rechtsklick. Funktioniert nicht. Du kannst aber direkt auf den Würfel gehen und rechtsklicken. Ja, oder so. Und dann einfach mit weiter und rechtsklicken. So, ich habe gewürfelt, ist aber nur 13 gewesen, dann wirf ich noch einen hinterher, es sind 41. Ja, ich habe noch 27 ASP, insofern ziehe ich von nicht schaden auf zwei Ziele, kannst du beliefern. 27 sind 28, sind 14 und, äh, dann würde ich auch sagen, das sind, äh, 1, 2, sind eine Wunde. Aber sie brennen, weil sie mehr als 10 Schaden bekommen, ich lasse sie auch nach hinten taumeln. Sie fangen an zu brennen und haben 14 Schaden weniger, oder mehr. Ähm, ja, und ihre Rüstung steht in Flammen. Dann nehme ich sie tatsächlich auch mal raus aus dem Kampf, sie sind nicht tot, aber sind zumindest mit ihrer Rüstung beschäftigt. Gut, das wäre meine Aktion jetzt wie ein Zwergzuhl, also ein Kampfrunde und ich erstmal raus. Ja, der Chakar ist dran. Der Chakar hat 6, 7 Tage Zeit, er lässt sich seit 26 Diamantes. Ja, meine, äh, zweite Palästrina ist diese Kampfrunde geladen. Gut, nächste Kampfrunde. Hm, derweil schreiten natürlich die Kämpfer voran. Die Sonnenlegionäre schreiten gemeinsam mit Yalan nach oben. Und ihr könnt sehen, wie der Chakar tatsächlich einen weiteren roten Legionär jetzt von hinten einfach anbeißt. Der Kopf knackt einmal vernehmlich und dann verschwindet er wieder unsichtbar. Erlan, 21. Es war gehen die siebte und die achte Aktion. Natürlich, Tudia, dann noch zwei Schritte weiter über Rafims Gleiche hinweg. Okay, das waren drei, aber lassen wir hierfür gerade sein. Ist okay. Dann haben wir 21. Ich würde mich zu, äh, zum Termin zurückziehen, um sie zu schützen. Also, wo liegt die jetzt, kann, komme ich da drunter, die du kannst, du kannst auch runterschlidern, runterrutschen. Dann würde ich auch runterschlidern, zwei Meter, sonst, äh, entweder, ja, überwäschung, machen wir von Körbe, überwäschungsprobe. Okay, die Kunde. Soll mir, äh, tatsächlich muss das Schatten ausgewürfelt werden. Er kann nur einen Würfel wegnehmen. Ja, mach mal zwei, bis sechs, minus zwei. Denken daran, dass ich ein gezielter Sprung ist und deswegen nur TPA errichtet. Ja, trotzdem muss sein. Dann sind das, du nimmst einen Würfel raus, die fünf, die vier übrig. Ja, die minus eins sind drei. Äh, minus zwei. Ne, der Würfel ist ja ein, wie sechs, minus eins. Ach, das ist clever. Also, drei TPA, also zwei Lebenspunkte. Richtig? Ja. TPA, also zwei SP. Äh, also zwei SP, genau. Ja, genau. Okay, dann kannst du Zulamin beschützen. Die Kamutgardisten, ähm, haben zumindest, sie wollen nur eine Glückheitsprobe. Wie geht's eigentlich dem Gardisten, der da unten bei Zulamin liegt? Äh, der hat sie da runtergeworfen hat. Ne, der das auch aus dem Kampf raus. Das war doch die, ne, die 20 ist noch weiter runtergestürzt, ne? Ich glaube, die 20 ist der hier. Äh, ne, der, der jeden. Oh. Die waren, die waren vorher schon runter. Ich weiß nicht, wann die runtergeschoben hat. Der hat auf die runtergeworfen. Äh, aber der ist immer das auch aus dem Kampf raus. Gut, dann, Abelmir, ähm, ist runtergesprungen. Die Kamutgardisten haben eine 17 gewürfelt. Sie wissen gerade nicht genau, wofür sie noch kämpfen. Belharia und Menning ist zur Zeit nicht hier. Ein riesiger, äh, Tiger-Dämon aus dem Dschungel greift Sian, der Beschwörer ist tot. Sie bleiben erst mal stehen. Machen nichts. Die Sonn-Legionäre derweil können die weiteren Leute hier zurückdrängen. Da, äh, funktioniert das auf alle Fälle auch. Die Rote Legion bricht in Panik aus, weil Chakar jetzt auch sie selbst angreift. So, dass sie selber hier runterspringen. Und zumindest sieht es erst einmal noch so etwas wie ein Teil-Sieg für euch aus. Und die Rote Legion und die Kamutgardisten sind verdrängt, aber Chakar lebt noch.